Begrüßung Leute! Ein kurzes Winke-Winke aus dem Studio, aus der Haiger Nordwand, das schönste Studio weit und breit. Lars Peter, liebe Kollegen, wenn ihr mal was aufnehmen wollt, das ist die Adresse. Und wir haben eine Kinder-City gemacht. Wie heißt die eigentlich? Die heißt Mach mit, die schönsten Kinderlieder. Die haben wir heute komplett gemacht, an einem Tag. Alles fertig. Genie. Solltet ihr unbedingt kaufen, wenn sie rauskommt bei Gerd Medien. Mach mit. Und Lars Peter und vielen netten, gut aussehenden Menschen. So, bis dann. Tschau.